Welches Schlagzeug spielen ist nicht leicht? Natürlich nicht. Du bist ein guter Schlagzeuger. Ja, deshalb klappt's nicht. Es ist richtig schwer. Und die Nummer? Mhm. Die gefällt Ihnen. Ja? Ja, ist eine gute Nummer. Aber können die überhaupt spielen? Aber ja, die sind fantastische Musiker. Das würde man nicht denken, wenn man sie so sieht. Eine Band Mongoloider, so wirken sie. Doch, es sind echt fantastische Musiker. Einer wie der andere. Wir verstehen was davon. Wirklich. Im Namen, ihr Zahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wirklich. 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 Wirklich.